Dieser Jaguar XE Vorfüllwagen steht hier zum Verkauf. Fünf Personen haben in dem grauen Viertürer Platz. Der Kilometerstand des Wagens liegt bei weniger als 5000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Anfang 2017. Die Limousine besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie Sitzheizung, Alufelden, elektrische Sitze, Xenonscheinwerfer, Navigationssystem und noch vieles mehr. Unter der Haube gibt der Benziner eine satte Leistung von 200 PS an das Automatikgetriebe ab. Der angegebene Verbrauch liegt bei 7,5 Litern pro 100 Kilometer. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen.